Hallo meine lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute habe ich meine Lookfantastic Box vorhin erhalten. Heute fahre ich meinen Geburtstag. Ich werde heute 35. Heute ist der vierte. Ich werde mal schauen, ob ich heute den Video hochlade, weil meine Videotage sind Donnerstag und Sonntag. Aber da ich heute Geburtstag habe, vielleicht mache ich es heute online so ein speciales Video und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Video. So ist noch verpackt alles. Mache ich gerade noch auf. So sieht der aus, so mint Farben diesen Monat. Sehr schön. Alles in grün diesen Monat. Schön. Was steht da? Botanical Edition. Diesen Monat. Alles in grün, wie gesagt. Sehr schön. Ich mag gern die Farbe grün auch. Mein Lieblingsfarbe. Alles in grün gehalten. Ich werde euch die Preise dann sagen, weil ich bearbeite dann mein Video mit meinem Handy. Und da ist es einfacher und schneller. Wir fangen einmal an mit dem größten Produkt. Das ist so ein Gleasing. Removes Make-up with Wasser. With Water. Genau. London Mac Tone Wipeout. Ich lese mal vor, was hier drin steht. Bestimmt alles auf Englisch. Das ist so ein Tuch. Mit warmem Wasser, nass machen das. Das ist so ein Tuch. Kann man auch in die Waschmaschine. Und der kostet 10 Euro. Genau. Mikrofaser Cleaning Tuch. Genau. Dann haben wir noch hier einmal von Aiko. Oder? Ne. Braugel. Ich dachte, die Aiko. Ja. Aiko. Aiko ist die Marke. Da auch 10 Euro Mini Eyebrow Gel. Äh. Ich weiß nicht, weil ich benutze sowas nicht. Vielleicht mache ich eine Verlosung. Mal schauen am Ende des Videos, was ich mache. Äh. Jetzt laufen nicht mehr. Ich glaube, sind schon meine Verlosungen abgelaufen. Aber da ist momentan wir nicht so, so wie immer raus können. Äh. Verlängern sich alle meine Verlosungen bis Ende Mai. Aber ich schreibe es noch bei jedem Video da in der Beschreibung oder in die Kommentare. An fixen. Das Kommentar an fixen. Oder heißt das. Damit alle wissen, dass sie die Verlosung sich noch bis Ende Mai verlängern. Und ich werde dann diesen Produkt auch in diesem Video verlosen. Das ist diese Mini Eyebrow Gel. Verlose ich an einer von euch. Vielleicht kommt noch eine Kleinigkeit dazu. Mal schauen. Und ja. Freut euch drauf. Alle Infos stehen in der Infobox zur Verlosung. Viel Glück an allen. So. Weiter geht's. Dann haben wir noch eine. Was ist? Öluron Plumping Mist. Ein Öluron. Äh. Ja. So eine Brightening. And Hydrating. So eine Creme. Ne? Oder eine Serum. 99. 90,9% natural. Spray into face and pet express mister mustering 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 into skin until okay. Das ist fürs Gesicht dann. Äh. Ja. So ein Öluron. Öluron. Ich kann ja nicht. Balanzmi heißt die Marke. Und der kostet auch 10 Euro. Diesen Monat sehr gut der. Der Box. Einmal der. Ist gut. Öluron ist immer gut fürs Gesicht. Dann haben wir hier noch zwei Artikel. Einmal noch von Kools. Das ist Hydra Biome. Das ist so eine Creme. Oder eine Maske. Face Mask. Genau. Kryobiotika Face Mask. Super Dose. Soll man 10 bis 15 Minuten drauf lassen. Ampli. A Tick. Later. Dry Skin. And leave for 10 und 15 Minuten. Rise with warmem Wasser. Und dann mit warmem Wasser abnehmen. Den Rest bestimmt. Das ist so eine Maske. Von Chores. Der kostet Ja. Um die 10 Euro auch so. Genau. Letztes Produkt ist sehr beliebt. Die Marke von Avant. Die Marke heißt Avant. Wow. Der hat einen Warenwert von 100 Euro. Wow. Ich bin sprachlos. Ja. Die waren schon in verschiedenen Boxen. Das ist so eine sehr teure. Hyaluronic. Hyaluronic. Du. Mysterizing. Massage into the skin and circular. Circular. Motions. Stalking from the inner. Portion of your face. To the outer. Okay. Ja. Der soll sehr gut sein fürs Gesicht. 100 Euro soll der kosten. Avant. Die Marke ist sehr teuer. Das ist 15 Milliliter. 100 Euro Leute. Wow. Da bin ich jetzt sprachlos. Hä. Hm. Sehr teuer. Achso. Da ist noch ein kleines. Ein kleines. Ganz kleines Produkt. Von Dr. Lip. Bestimmt eine Lipmaske. Mal schauen. Dr. Lip. Der kostet auch 10 Euro. Alles 10 Euro. 9 Euro? Ja. Um die 10 Euro. Die anderen glaube ich 11. Weil da steht 10 Pounds. Das ist bestimmt alles um die 11 Euro. Oder 12 sogar. Und der kostet 9 Pounds. Das ist um die 10 Euro. Oder? Ne. 3 Pounds steht hier. Dann 3. 4 Euro. Ne. 4. 5 Euro. So eine kleine Lippenmaske. 5 Euro. Sweet Potato. Aus Süßkartoffeln. Aha. Das ist ja was schon tolles. Mr. Ryan Color Lip. Tint in Sweet Potato. Das ist so eine Tinte. So ein Öl oder sowas mit Süßkartoffeln. Ist auch hier abgebildet. Das werde ich gerne testen. Ja mein Lieben. Wie gesagt. Box ist leer. Box ist leer. Und alle Infos zur Verlosung stehen unten. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Oder Abend. Je nachdem ihr mein Video schaut. Und wir sehen uns demnächst. Macht's gut. Tschüss. Aus Süßkartoffeln. Lex. tiin. Aus Süßkartoffeln. Aus Süßkartoffeln. Vielen Dank.